ich habe eine taktik weil ich jetzt jemand koppeln und meinen kopf ruhe haben guten tag vom 1 was ist da Ruhe für was bist du denn für eine Mimose habe ich heile Reifen oder darf ich wieder mit Schrott durch die Gegend fahren? ich hab ein gutes Setup runtergeladen ich hab auch eine gute taktik, einfach gut holen, was hältst du von der taktik? Jonas, was ist denn die Flügeleinstellung? ähh, alles Setup ja, ich fahre wieder mit kaputt, mir mal ein Apple Pets, so er auch Lügeneinstellungen sind aber wie das denn? ähh, Mann, was ist der Dynamik? das ist das sind Müll im Alltag, habe ich das jetzt komplett aufsorgend hier die Fettmärme, das ist sauber das war keine Scheiße kann auch nicht auf Ruhe geladen, das heißt, was ist das denn für Müll bei der Reifen der voll im Alltag? ja, du, aber wo seht ihr das? die Strecke ist derzeit Reifenauswahl ich bin schon rausgefahren keiner baut aber gerade beim Fernseher habe ich gedacht ja, aber alle Reifen sehr eh abgenutzt, jetzt echt? ja, bei mir zumindest, ja, aber wir sind auch alle 4 abgenutzt ja, wenn man auch abgenutzt sein wie sind die Reifen abgenutzt und hier auf der Strecke? Bein ist bei 0% oh, Jeff, halt du hast eine gute Reise ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde einfach nur so doll oder nicht war zumindest im letzten Teil so der Stream ist übrigens nicht an oh, jetzt nochmal kann es jetzt ja zur Not auch minimieren, geht jetzt ja das kann ich ja äh, ist er jetzt an, siehst du was? noch nicht, mal eben kurz abwarten nö, da tut sich nix ja gut, stellen leid meine Krieg oh, kann ich auch, äh, kann ich kann ich kann ich hier und äh so, jetzt aber hallo und herzlich willkommen zum vorbeigend live stream aufbereiten mit allen mit allen mit allen außer Sepp genau wow wow aber wir sind auch so langsam da bin ich da bin ich das ist so eine Kankurve hier also ich extra weiter hinten zu starten um Unfälle zu vermeiden nein um Unfälle zu verursachen ne, ne ich heißt ja nicht Jonas ich war aber nicht ganz vorne als ich den Unfälle verursachte fertig, bereit mal gucken was mit dem das Setup überhaupt online kann wahrscheinlich war wahrscheinlich gar nix ne was weißt du mit Jonas? war aber nicht meine Schuld Witzkratz 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 ich fahr' ich eigentlich alle so langsam wie auf dem Qualifying Einführungsrunde Einführungsrunde deswegen fahr' ich so langsam kommen wir aber trotzdem hinter dir her ich kann auch spielen ja, es ist ein Rennspiel was soll ich sagen ja, du wirst es auch nicht können wenn du nicht einfach mal anfängst zu üben ich habe doch geübt gestern ja, zwei Runden ist kein Üben drei drei, ja gut, Ciao ja, lass uns üben Jonas, wir müssen uns vorbereiten eine Stunde üben ja, ich hab mir den Schluss mein mein Ding das hier ausprobiert mein Setup, und das war ganz cool. Immerhin ein Teilerfolg. Ja. Du nutzt einfach die ganzen Liga-Rennen zum Üben. Vielleicht bist du beim letzten Rennen ja tatsächlich mal richtig in der Punkte und reißvoll. Dann kannst du dir Formel 1 2018 kaufen, und dann gehst du... Ganz ehrlich. Alter, noch dreckig. Ach, hier, hier, hier. Wenn es überhaupt eins gibt, wenn Codemasters nicht mit ihm immer Pleite macht, oder so. Ja, leider geht es nicht. Die Falle, die unten kaufen sich das Spiel ja immer. Das ist, glaube ich, nicht so schwer, einfach ein altes Spiel weiterzuentwickeln. Ich glaube, ich habe die jedes Jahr das Spiel komplett neu aufbauen. Boah. Da unten. Ist der eine jetzt eigentlich raus, oder? Ja, wegen der hat ja ein Verbot bekommen. Was hat man gemacht? Der hat Quali-Feind gestrichen. Der hat blaue Flaggen ignoriert und Kamikaze-Aktionen gemacht beim Zurück. Wolf hat schon einen 1,2,1-2,1-2. Wieso Kamikaze-Aktionen hat er gewonnen? Ja, ist halt... Nein, aber ist halt aggressiv zurücküberrundet. Obwohl der überrundet wurde. Oder er hat überholt, oder was? Ja, er wollte zurücküberrunden. Ey, Ergo, ich finde sein Setup. Auf geht's. Ich muss sagen, meins ist heckmäckig. Richtig hart. Meins ist voll geil. Ich habe auch ein Deco gehört. Ne, ich habe alle gemütet. Sie sind auch alle gemütet. Ich will die auch immer machen, weil irgendwann vergisst das immer hier sein. Push-and-Talk auszumachen. Ja, und zu machen, meine ich. Soll ich immer mit den gleichen kaputten Reifen, oder wie ist das? Ja, aber wie soll ich jetzt deine Reifen aus dem Qualifyen mit, wenn du Top 10 bist? Ich habe das noch nicht gehabt. Ich habe immer bei 0%. Was ist hier die Box? Ich hoffe mal. Beim ersten Rennen habe ich dann auch nicht gehabt, aber seit dem Rennen. Ey, aber kannst du mit der Push-and-Talker machen. Nils der Rundenzeit, bring dich auf B9. Ich glaube, in den Einstellungen. Auf Start. Ja, da hast du Fahrgrad, war der. Näh, du fährst jetzt rechts rein und machst das. Warndreieck aufstellen, ganz wichtig. Warnwestern anziehen. Stimmt, vergiss nicht, Warndreieck und Warnwestern, wenn du dich da hinstellst. Kennst du das Trinkspiel zu Malo Kart, Keller? Ja. Hier, du musst in die Flasche Bier leer werden, oder so? Ne, ich glaube nicht, hier, Runde. Aber eine Mischung. Und halt immer rechts ran fahren, weil man trinkt ja nicht während der Fahrt. Ja, ja, kenn ich. Nils, bist du Erster? Ja. Alter. Halt. Bin doch gar nicht über die Ziele hier gefahren. Jetzt soll ich das erste Mal. Ach so, okay. Aber gefühlt bin ich Erster. Von der Moral her. Ist es angezeigt, dass du Erster bist? Ja, dann bin ich auch jetzt da. Wie alle Leute sind da nicht da? 16. 14. Ah, 16? Ja. Warum bin ich denn 14 da? Hä? Jonas ist der Flieger. Der Flieger fährt ja schon mal nicht. Ja gut, das wird aber trotzdem mal einer. Bin keine Zeit gefahren. Jonas, bist du schon in der Zeit gefahren? Ich bin in der Zeit gefahren, ja. Wem Platz bist du denn, Jonas? Das kann ich dir sagen, wenn ich aus der Box rausfahren darf. 14 ist er. Ach so. Ja, 14. Ein hinterher werde ich wahrscheinlich 15. Boxenlinie kommt früh, ne? Ja, ja. Ich komme sehr früh. Da bist du auch immer Rasen in der Boxen-Gasen kriegen. Habe ich auch gerade bekommen, eine Verwarnung? Ach man, ich bin schon voll auf dem Anker. Und ich komme trotzdem zu weit raus. 21 Prozent. Das ist der Brick. Wir sind ja wüssten, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht rede. Das habe ich noch nicht verstanden. Erzählt mir als Fahrer vor mir, aber danke trotzdem. Bitte, Mann. Bist du mein Boxen-Typ oder was? Ja. Geil. Bist du in der Box und fährst gleich? Ah, Sascha, was, Mann. Sert aufhalte Rino, ja, danke, Mann. Dann bin ich schon eine Scheiß-Gefahr-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Gefahr-Nach-Must-Ich-Abbrimbeln, weil der Kurve langsam fährt. Hau ich mal raus. Also, ich dachte, ich habe nur ein Frontflüge verloren. Ach, ich mache ihn mir. Ne, er hat sich neu anhand teleportiert. Naja, alles gut. Bin heil. Ich dachte, der Bug wäre jetzt mal behoben worden. Nein. Dann guck mal, dass wir das nach und nach oder gar nicht repariert. Aber ich habe auch sofort einen bekommen, ne? Der ist abgefallen und zack, hat er den neuen. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Ja, das ist kein Bug, das gehört zum Spiel. Das ist ein Feature. Ja, die war ja das Bluetooth-Boxen-Gasse. Wenn du auch die Bluetooth hat, dann kannst du die Sachen da extern anbauen. Ja, kannst du überhaupt funken. Ich fahre so kacke. Mein Zeitfahren war einigermaßen okay, ne? Aber jetzt komme ich immer noch. Was bist du da gefahren für Zeiten? Ja, irgendwie 1,30 oder so. Boah, Zeitfahren war ja auch besser. Das ist irgendwie unbefriedigend, 1,30. Zeitfahren war ja 4 Sekunden schneller. Alles fertig, wir sind bereit. Aber der... Beim Zeitfahren ist man immer schneller. Ja gut, aber 4 Sekunden... Ja gut, das liegt an deiner Fahrweise. Weiß ich. Man ist vielleicht eine Sekunde langsamer als im Zeitfahren. Na, nicht mal, eine halbe. Ging doch voll Strecke ab. Ja klar, aber bei dieser Strecke ungefähr eine halbe, würde ich sagen. Ich will eh nicht so gut sein, weil meine Reifen halt hart abgenutzt sind. Wer nicht von den letzten Rennen auch noch übernommen, oder? Nein. Was wäre denn hinterher? Oh, das ist ein Bug. Eigentlich müssten die neu sein. Weltscheren Runde. 1,33. Ah, dead bug. Oh ja. Ich hab Nego in-game gehört. Ja. Nego? Nego? Da wurde er was aufgestellt. Meine Güte, die viele Leute sind hier gar langsam unterwegs, ey. Holy shit. Ja, eine Runde schaue ich noch. Oh, Dido. Was ist denn werden mit den Softs? Wo das du Soft der Link hast? Ich hab gar keine Softs mit. Was hab ich so aus dem Softs mitgenommen, oder? Boah, Alter, was macht Nego da? Ja, da hast du eigentlich einen Softensatz dabei. Ich hab auch ausgewogen. Herzlich entschuldigt. Ja, danke. Hast aber kein Wahnträg aufgestellt gehabt, als du deiner Kurve standst. Das ist fett. War diese Runde eigentlich noch zu Ende fahren, oder? Ja. Geht das nicht mehr. Ach man, das war scheiße. Wie ist ein bisschen bürt, Mann? Der hat mal Herrn Nego überholt. Er ist ein John Driver, das ist ja gar nicht. Das ist, äh, Wolfgang. Wolfgang. Äh, darf ich? Darf ich die Session aufgeben, jetzt hier? Nein. Also wenn du in der Box stehst, ja. Ja, nee, aber ich bin eh 13. Meine Runde bin ich eh. Egal, darfst du nicht. In der Box. Wir werden da so langsam. Ach, der Blackmagic. Äh, wie befürchtet, Setup fährt sich online nicht so geil. Oh ja. Okay, ist aber knapp. Scheiße, Mann. Kann nicht wahr sein. Da sind wir den gammeligen Supersofts starten. Wir sind die schlecht eigentlich. Weil ich starte auch damit. Weil die kaputt sind. Die sind einfach kaputt. Hallo, Cedric. War mal gar nichts, das Toll, die Feine. Bei mir ist es aber auch Gas. Nein, Spritz ist leer. Warte mal, bin ich Elfter? Ich bin Elfter. Oh nein, ich bin Zehnter, ne? Nein, Jordan ist hinter. Was bin ich? Neunter? 12. Nee, nee, nee. Die Tabelle passt noch nicht. Müssen wir gleich mal abwarten. Oh, vielleicht bin ich ja Elfter. Bei mir müssen wir neunter. Der hat freie Reifenwahl. Also bei mir ist, bist du auch neunter. Ja, aber Krauts ist erster und das passt schon nicht. Also muss man gleich mal abwarten, wer hier überhaupt... Ey, Wolf ist erster, Krauts ist erster. Da würde ich mir gleich auch gleiche, das ist erster. Gibt es irgendwelche Regeln, oder? Welche man nehmen darf? Naja, ja. Wenn du in der Top 10 bist. Doch, doch. Warum gibt's denn kein Gas? Barscht. Bade nicht noch irgendwas abwägt, ey. Aber sonst hat auch kein Sprit mehr. Oh, wo ist der denn? Sann so fährt gar nicht mehr. Also ich warte nur noch auf dich. Ich warte auch nur noch auf dich. Oh nein, ich hab wieder den Bug, oder was? Ich raste aus. Ich warte einfach die vier Sekunden. Ja, es ist Polyfania vorbei. Hattest du nicht, weil der Bug nicht sonst anders, das... Ach, gut, gut, gut. Na, das ist jetzt schön. War es noch so. Ja, der ist auch immer noch gekommen. Da steht erst ein Einbacking-Flaren nirgendjemand an. Ich überhole dich da gerade an. Ich überhole dich gerade bei mir. Uiuiui. Hey, wer ist der Letzter? Nein. Der durfte nicht starten. Der hat ein About bekommen von uns. Ja, stimmt, stimmt, sorry. Oh, Chris. Ja, Jonas, bist du vor Chris? Ja, aber ich hab voll die Kackzeit. 1,36. Auf welchen Platz ist Chris denn? Der hat nur eine 1,40 gefahren. Oh, lol. Und ich sah ja auch noch vor Chris. Oh, nein, ich sah vor Chris. Ist er rausgeflogen, oder? Ne, keine Ahnung. Oh, Gott, ich hatte mitten im Pool. Von Nils, das geht mein Bestes, ne? Du musst Punkte holen. Ich hoffe es. Du starte halt mitten im Gemützimmer. Nicht trennen, starten, das mache ich. Wo kann ich denn meine Reifen eigentlich auswählen? Alter, ich bin nur ein Gott. Ja, Dido. Ich könnte theoretisch 4 Stop machen. Aber mir wird 3 Stop empfohlen. Was ist das denn für eine Kacke, ey? Machen wir mal. Ich lass echt vertraut der Box ein. Ich mach zwei Stops. Was, zwei Stops? Meiner sagt, zwei Stops oder drei Stops. Warum? Weiß ich nicht. Weil er frische Reifen hat. Ja, ich hab doch auch frische Reifen. Ja, so mach ich das mal. Was ist das denn wieder für ein Bug? Zops halten daher genau. Ja, komm, guck mal. Das ist ganz ehrlich. Doch, ich hab was, Alter. Das ist Formel 1. Kann doch nicht sein, dass die Super Soft genau so lange halten wie die Soft. Das ist doch wieder voll der Anzeigefehler, weil ich das gerade durchgetauscht habe oder was? Die Super Soft halten nicht so langsam wie die Soft. Ach da, nix. Ja, ansatzweise. Sind denn verpflichtend S und M? Äh, Frontflügel auf 5. Nein, verpflichtend S glaube ich S. Brenn starten. Oder M. Nee, es ist verpflichtend S ist verpflichtend. Oh, wie viel stehen? Oh, fuck, ey. Ich wollte eigentlich nicht im Mittelfeld stehen. Ich darf Renn starten, oder? Ja. Ja. Oh, ich wollte nicht im Mittelfeld stehen. Das ist nicht gut. Fungig stehen Ferrari. Ich hab die Steuerung vergessen. Jonas, bremst gleich bitte rechtzeitig. Jonas, wenn L2 gibst du Gas. Abdrück der Pfaden. Ja, er ist so diskreifend. Er ist so Dillte, er möchte abholzen. Ja, du wirst ja immer diskreifend. Jonas, rechtzeitig bremsen, mach keinen Scheiß jetzt. Oh, ihr bremst ja auch immer so früh. Ja, in der ersten Kommung muss man das auch. Oh, ich hab jetzt auch schon kaputte Reifen. Was ist das denn? Da hat ein Teil ohne in diesem Spiel das. Alter, wer ist denn der Ferrari? Nego, ist ja voll weg. Alter, wer überholt mich denn da? Rechtsüberholung ist ein Boten. Da lag schon ein Flügel. Oh, das war meine. Nee, alles sehr. Ich meine, das nur Geld. Helle, was bei dir los? Ja, da waren ganz viele Autos rechts von mir, wo ich voll nach außen gedrängt. Ich kam nicht im Korb. So, ich konnte... Oh, jo. Das ging schnell. Oh, gott Nego, hallo. Äh, was? Äh, mein Hinterreifen ist kaputt. Aller Christ ist gerade demnachs, wir starten hinten rausgefahren.